3. 4. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 10. 10. 10. 11. 12. 12. 13. 13. 13. 14. 14. 13. 14. Ent anteriorivery. 15. 16. 17. 18. 19. 19. 21. Ob ihr es auch wirklich verstanden habt, dann selbstverständlich gebe ich euch noch eine Lösung dazu mit. So, zu veranschaulichen habe ich für euch die Funktion f von x gleich 1 durch x² ist gleich x hoch minus 2 angegeben. Wie sind wir bisher vorgegangen? Ja, wir hatten bisher immer beide Grenzen des Integrals angegeben gehabt. Das heißt, wir haben die obere sowohl als auch die untere Grenze angegeben gehabt, von a nach b. Hier habe ich schon mal aufgezeichnet, das Integral von 2 bis 4. Und wie habe ich das bestimmt? Ja, ich habe das Integral von a nach b von 1 durch x² dx aufgeschrieben. Habe dann von dieser Funktion die Stammfunktion gebildet, also umgangssprechend aufgleitet. Das wäre dann minus x hoch minus 1, untere Grenze und obere Grenze außerhalb der Ecke in den Klammern aufgeschrieben. Habe dann die obere Grenze eingesetzt in die Stammfunktion, minus untere Grenze eingetragen in die Stammfunktion und habe dann so die Fläche rausbekommen. Was mache ich aber, wenn ich anstatt 2, anstatt das Integral von 2 bis 4, das Integral von 2 bis t angegeben habe, wenn da eine Variable drin steht? Ja, eine Variable ist ja keine Konstante, das ist ja keine eindeutige Grenze, die hier angegeben ist. Das würde dann heißen, da die Grenze unbekannt ist, die Funktion hat hier einen asymptotischen Verlauf. Ich schreibe es nochmal hin. Asymptotischer Verlauf. Ja, es hört sich wirklich schlimm an. Es bedeutet aber nichts anderes als, dass die Funktion sich immer mehr an die x-Achse schmiegt, sie eigentlich nicht berührt und doch, es ist wirklich verwirrend, aber es ist eigentlich nicht so dramatisch. Ja, wie gehe ich jetzt hier vor? Folgendermaßen. Ihr schreibt auf das Integral von 2 bis t von 1 durch x² dx. Wir können hier trotzdem noch wie gehabt vorgehen, dass wir die Stammfunktion minus, an diesem Anhalt dieses Beispiels, minus x hoch minus 1, machen wir die 1 noch ein bisschen deutlicher, wieder in eine eckige Klammer eintragen, die obere und untere Grenze dazu auftragen und wieder hier ist es jetzt wirklich etwas blöd, da ihr für einen Buchstaben einen anderen Buchstaben einsetzt. Ja, das ist halt jetzt eine wirklich blöde Situation, aber es wird wirklich für keine Verwirrung am Ende sorgen. Sollte eigentlich auch nicht, wenn ihr richtig vorgeht. Ihr setzt die obere Grenze wieder ein, in die Stammfunktion, minus die untere Grenze in die Stammfunktion. Jetzt habt ihr hier stehen, in Klammer, minus t hoch minus 1, Klammer zu, minus, Klammer auf, minus 2 hoch minus 1, Klammer zu. Jetzt könnt ihr zu Recht sagen, ja, wie soll ich das in den Taschenrechner eingeben? Geht doch gar nicht, da kommt doch nichts raus. Jetzt wissen wir, dass t nicht nicht genau definiert ist, dass die Fläche ins, dass die Fläche, dass die Fläche, dass die untere Grenze bei 2 ist, aber dann immer weiter geht. Das heißt, die Fläche geht wirklich bis, die geht bis nach, die geht bis nach 10, 1000, Millionen. Sie ist unendlich groß. Sie geht wirklich immer weiter. Sie geht wirklich immer weiter. Das heißt, jetzt nimm es t gegen plus unendlich. Ich setze für t eine wirklich große Zahl ein. Ich setze für t eine wirklich große Zahl ein, denn das hier umgeschrieben wäre nichts anderes wie minus 1 durch t. Das wäre ja nichts anderes wie, als wenn ich eine wirklich große Zahl in den Nenner einsetze. Ich setze ja wirklich eine große Zahl. Und je größer diese Zahl ist, desto kleiner wird das Komplette hier. Bis es irgendwann praktisch 0 ist. Und damit verschwindet dann dieser Befehl und es bleibt nur noch dieser hintere übrig. Und dann werdet ihr, wenn ihr jetzt bei 1000 anfangt, werdet ihr am Anfang wirklich erst 0,49 rausbekommen. Und je größer die Zahl wird, je größer die Zahl ist, werdet ihr irgendwann, ich glaube bei 10 Millionen oder sogar noch ein bisschen höher, bei 10 Nullen, werdet ihr dann auf 0,5 kommen. Und danach wird sich der Wert eigentlich fast gar nicht mehr verändern. Und somit kommt ihr dann insgesamt auf eine Gesamtfläche, auf 0,5 Flächeneinheiten. Ja, ihr denkt jetzt, okay, ja wie kann das sein? Da diese Fläche aber immer mehr ins Unendliche geht, wird die Fläche unterhalb der x-Achse immer, immer kleiner. Die wird dann wirklich so minimal, die Fläche, dass sie wirklich dann im Gesamten am Ende nur noch 0,5 ergibt. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel dafür. Was wir jetzt noch nicht betrachtet haben wäre, ja was machen wir, wenn die Fläche in die andere Richtung gehen würde? Das werde ich euch gleich in dem nächsten Abschnitt des Videos zeigen. Ich werde hier kurz pausieren, die neue Funktion aufzeichnen und dann, ja, sehen wir dann. So, ich habe für euch noch ein zweites Beispiel aufgemalt. Die Funktion y ist gleich 2 durch x². Diesmal lasse ich aber die Funktion gegen 0 laufen. In Richtung von 0 auf der x-Achse. Und wie gehe ich hier vor? Wie finde ich hier wieder die Fläche raus? Na ganz klar, ich schreibe auf, a von z, die Fläche von z, ist gleich das Integral von z als untere Grenze bis 3, obere Grenze, 2 durch x², dx. Binde ich hier wieder die Stammfunktion, die Stammfunktion ist hier, minus 2 durch x, z als untere Grenze, 3 als obere Grenze, setze dann wieder ein. Obere Grenze in die Stammfunktion, minus die untere Grenze in die Stammfunktion, minus, minus, minus wird plus. Und als Ergebnis würde ich auch nur das hier rausbekommen. Denn, für z gegen 0, für z gegen 0, gilt a von z, ich schreibe es mal auf, a von z, gegen, plus, Entschuldigung, eine 8, sollte es nicht sein, gegen, plus, unendlich. somit wächst der Inhalt von a von z unbegrenzt. Und wenn es unbegrenzt wächst, hat die Fläche hier auch, selbstverständlich, keinen endlichen Inhalt. Das wäre dann hier noch ein zweites Beispiel gewesen. Hier noch die allgemeine Definition. Bei der Untersuchung unbegrenzter Flächen auf einen Inhalt untersucht man Integrale mit einer variablen Grenze und einer festen Grenze wie das Integral von 1 bis z von f von x dx oder wie das Integral von z bis 3 von f von x dx auf einen Grenzwert für z gegen plus, minus, unendlich beziehungsweise für z gegen c. Dabei ist c eine Konstante. Übernehmt diesen Merksatz in euer Heft und dann kommen wir zu den Aufgaben. So, kommen wir nun zu einer kleinen Aufgabe noch. Ich habe hier wieder y ist gleich 2 durch x² genommen, nur einen anderen Intervall ausgewählt, das ist ja auch so einfach wie möglich mal berechnen könnt. Überprüfen Sie, ob die Fläche der Funktion y ist gleich 2 durch x² im Intervall von 1 bis z endlich ist. Probiert es aus und dann gebe ich euch gleich noch die Lösung dazu. So, da bin ich wieder, kommen wir nun zur Lösung der Aufgabe. Was mache ich als erstes? Ja, ich schreibe a von z ist gleich das Integral von 1 bis z von 2 durch x² dx. Gehe wieder wie gehabt vor, Stammfunktion bilden, untere und obere Grenze eintragen. Erst die obere Grenze einsetzen in die Stammfunktion, minus untere Grenze eingesetzt. Bekomme ich raus, minus 2 durch x plus 2, forme es nochmal um, hole die 2 nach vorne, dann heißt es 2 minus 2 durch z. Nun untersuche ich das Verhalten von a von z für z gegen unendlich. Dann gilt hier a von z gegen 2 für z gegen unendlich. Somit ist das Ergebnis für diese Aufgabe, beziehungsweise der Flächeninhalt der unendlichen Fläche gleich 2. Somit ist die Fläche endlich und wir haben sogar noch den genauen Flächeninhalt der unendlichen Fläche herausgefunden. So, das war's dann noch. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Ich werde versuchen, sie zu beantworten. Ciao!